Bereit für eine volle Power-Woche? Ich hoffe, ihr habt euch am Wochenende gut erholt. Wir starten nämlich heute schon rein, ohne uns ein wenig zu schonen vor Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag, wo die FED entscheidet, wo es Quartalszahlen nur so hagelt. Wir gucken heute darauf. Hochtief, wie profitieren die genau von KI? Die haben ein Megaprojekt gewonnen. Am Freitag ist mir so vielleicht ein bisschen durch die Lappen gegangen. Build Your Dreams vor der Sendung, kurz davor mit den Zahlen. Wir gucken natürlich auch nochmal drauf. Billfinger, vorläufige Zahlen, gucken wir auch drauf. Dann habe ich zwei Aktien mitgebracht. Spezialautobauer aus den USA. Eine kommt hier von uns, aus der Community. Ich habe sie immer auf dem Schirm gehabt und heute können wir nochmal genau drauf gucken. Und Bayer, ewig grüßt das Mummeltier. Höchste Strafzahlung, die jemals gegen Bayer ausgesprochen wurde und deswegen ist die Aktie am DAX Ende. Also, wir schonen uns nicht, wir legen kräftig los. Hereinspaziert mit euch in die Wall Street Online-Börsen-Launch. Der DAX im Minus und zwar, ich gucke schnell drauf, 0,39%. Das liegt zum einen natürlich auch ein kleines Stückchen an Bayer, denn die haben heute, ja, minus 5% finden wir am DAX Ende wieder. Ja, es gab am Freitag so einen kleinen Prozess, den man mal wieder verloren hat und jetzt wird die Luft immer wieder ein wenig dünner. Also, Bill Anderson ist gefordert. Dann haben wir natürlich aber auch den Fettentscheid am Mittwoch, der ein wenig, ja, nicht auf die Stimmung drückt. Ich glaube, es wird nicht so viel Neues geben, aber allerdings ist natürlich die Frage, hire for longer. Wie lang wird es gehen? Und deswegen sind heute auch bestimmt einige Anleger vorsichtig, denn keiner möchte auf dem falschen Fuß erwischt werden. Und dann ist natürlich die Frage, KI-Hype, yes oder no? Wir werden es am Ende der Woche wissen, denn wirklich alles, was Rang und Namen hat, berichtet. Alphabet, Microsoft, AMD, Apple, Amazon, Meta, alles, was das Herz begehrt und noch zwei kleinere Unternehmen. Und die habe ich heute auch mit dabei. Die stehen noch nicht auf der großen Liste. Das werden wir uns heute alles genauer anschauen. Wir sehen es 0,39%. Was kann Jerome Powell am Mittwoch machen? Nichts. Es geht ja eigentlich nur um die Frage, wie lang wird die Fett, die Zinsen so hoch halten. Wir haben die Inflationsdaten für Dezember gesehen und wie erwartet sind sie leicht angestiegen. Sie lagen im Grunde genommen inline. Dann haben wir den PC-Preismarktindex am Freitag gesehen. Der lag auch in etwa inline. Hat also nicht für eine große Bewegung in die eine oder in die andere Richtung gesorgt, sondern einfach ist so reingekommen, wie man ihn in etwa erwartet hat. Also, hat sich nicht so gut verbessert, dass man sagen könnte, Jerome Powell würde von seinem aktuellen Kurs oder seinen Leuten von seinem aktuellen Kurs irgendwie abweichen müssen, schneller die Zinsen zu senken. Dass am Mittwoch die Zinsen gesenkt werden, da glaubt sowieso keiner mehr dran. Wenn man dann aufs Chicago Watchtool scharf, Fettwortstuhl, dann sind es glaube ich noch 2,1 Prozent, die mit einer Zinsrechnung, äh, mit der Zinssenkung rechnen. Für März ist es aber immerhin noch halbe-halbe. Und deswegen liegt das noch so ein bisschen am Markt, obwohl wir, ja der normale Menschenverstand ja eigentlich sagt, auch im März, wenn es so weitergeht, wird es keine Zinssenkung geben. Aber wenn man aufs Fetttool guckt, fast 50-50. Und das ist so ein Potenzial, was ein wenig Enttäuschung am Mittwoch bieten könnte, wenn Jean-Paul hier, was ich aber auch nicht glaube, klar sagen würde, nö, nö, da drehen wir auf keinen Fall an den Zinsen. Christine Lagarde hat es ja schon gesagt, eventuell im Sommer, das heißt also auf der nächsten passiert auch nichts und auf der letzten, vergangenen Woche ist ja auch nichts passiert. Deswegen so eine verhaltene Vorsicht in der Nähe des Allzeithochs. Es fehlt nur so ein kleiner Funken und dann könnte es auch schon in dieser Woche ein neues Allzeithoch geben. Gründe genug, die geliefert werden könnten, gibt es. Aus der DAX-Familie haben wir diese Woche leider nicht so viele Vertreter oder Material. Da ist lediglich Siemens Healthy Nears dabei, die Donnerstag ihre Zahlen bringen. Also in diesem Sinne müssen wir mal abwarten. Hier habe ich nochmal das Watchtool der Börse Chicago und hier sehen wir 2,1 zu 97,9. Aber eben der März. Vielleicht ändert sich es da, aber hier haben wir 50,4 zu 48,6 und ich glaube, da ist so ein kleines Enttäuschungspotenzial, dass wir inzwischen den Zahlen nicht von Jerome Powell irgendwie auch nur erfahren könnten, ob es im März eventuell eine Zinssenkung gibt und ich glaube auch nicht, dass wir da eine sehen würden. Also frühestens dann im Mai vielleicht und da sehen wir, es ist aktuell ein ähnlicher Stand, aber das könnte, ja jetzt hat es sich ein bisschen geändert, hier sehen wir, hier ist es dann schon 50% für eine Zinssenkung und naja, einen großen Zinsschritt glaube ich, ist natürlich auch ein bisschen, das wäre natürlich eine wundervolle Überraschung, da wird alles nach oben gehen, allerdings glaube ich nicht, dass wir das hier sehen werden. Also, schauen wir uns an, was der DAX im Einzelnen macht. Rheinmetall hat einen neuen Auftrag reinbekommen und liegt natürlich an der DAX-Spitze. Immer wenn man nicht weiß, was man machen soll, kauft man Rheinmetall. Dahinter Heidelberg Materials oder jetzt, wenn wir so machen, sitzt es sogar vorne, ne? Klammheimlich, ne? Brauchen wir nicht drüber reden, haben wir ja auch schon drüber, oft genug drüber gesprochen, wie im Heidelberg Materials sich hier immer schön nach oben zieht, denn hier könnte ein bisschen die Fantasie heute sein, Holzem spaltet sich auf und deswegen könnte es natürlich sein, dass was ähnliches auch bei Heidelberg Materials geplant ist, aber bislang nicht abzusehen, allerdings gucken wir uns gleich genau an, was Holzem macht. Was haben die Analysten heute gemacht? Sie haben heute in erster Linie zwei Barclays und Goldman haben auf die vorläufigen Zahlen von RWE am Freitag reagiert, die waren ja alles andere als gut und deswegen geht man jetzt hier und senkt auch ein wenig die Kursziele. Barclays sagt, es geht runter von 55 auf 50 und Goldman senkt den Preis von 53,50 auf 48. Beide sagen aber, man kann die Aktie von RWE weiter kaufen. Hauke Naufhäuser senkt das Ziel für Adidas von 100 auf 95, was die da geritten hat, weiß ich nicht so genau, aber und sagt verkaufen, völlig übertrieben für mich, ist eine Sache, die man sofort ausblenden sollte und JP Morgan hebt Sartorius von 315 auf 365 und sagt auch kaufen. Am Ende halt Bayer und Infineon, aber wenn die Zahlen, wenn der KI-Hype jetzt unter der Woche nochmal so richtig angefeuert wird, dann könnte es natürlich auch sein, dass Infineon wieder anzieht. Kommen wir zur Analyse des Tages und das ist hochtief und wie die von KI profitieren. Und das, man mag es ja kaum glauben, sie profitieren nicht in dem Sinne davon, dass sie jetzt irgendwelche Dienstleistungen anbieten, die irgendwie ganz toll werden durch KI oder sonst was, sondern sie profitieren davon, dass sie sich auf, wie soll man es nennen, auf Bauprojekte für KI-Rechenzentren spezialisiert haben und da werden die Auftragsbücher immer voller und am Freitag hat man auch noch hier den Mega-Auftrag vermeldet, dass man eben tatsächlich für Meta ein riesen Mega-Rechenzentrum baut. Also das ist hervorragend und das sieht gut aus. Also ich habe verstanden, sehen wir uns hier und das ist natürlich ein riesen Auftrag für Hochtief. Wenn man sich das anguckt, hat man Ende 2023 schon Aufträge im Bereich für Rechenzentren von über 2 Milliarden US-Dollar eingefahren und jetzt haben wir mit Meta halt eben in das nächste und 800.000 Millionen, da sind wir dann fast schon jetzt bei 3 Milliarden und das ist natürlich auch nicht nur für irgendwen, sondern man baut hier für Meta und da wissen wir, wie es läuft und hervorragend. Und der gesamte Auftragsbestand von Hochtief, der läuft jetzt so Richtung 60 Milliarden. Also daher wird natürlich auch spekuliert, dass langsam aber sicher, wir wissen ja, Entschuldigung, da wollten wir hin, Hochtief ist ja schon in Händen von Asiona, der spanischen Mutti und die hat 76 Prozent. Und es wird natürlich gemunkelt, dass die jetzt zum Beispiel sagen, wir nehmen die ganz auf, wir holen uns hochtief komplett, was natürlich dann nochmal ein Übernahmeangebot zu den ausstehenden Aktien hinter sich ziehen würde und das wäre natürlich hervorragend. Insgesamt haben wir aktuell eine Marktkapitalisierung von 8,32 Milliarden Euro und die Aktie hat im Jahr 23 90,4 Prozent zugelegt. Wir sehen es hier, dieser schöne Aufwärtstrend ist intakt, ist eigentlich keine Frage, dass es hier weitergeht. Schwache Tage, wenn die Aktie nochmal ein gutes Stück zurückkommt, sind eher Kaufgelegenheiten. Es war im vergangenen Jahr die drittbeste Aktie im MDAX. Wenn wir uns das angucken, aktuell wird fürs laufende Geschäftsjahr für 2024 ein KGV von 14,43 geschätzt und im nächsten Jahr 13,31. Man muss nicht darüber reden, Hochtief gehört einfach an schwachen Tagen mit einer kleinen Position ins Depot. Wenn wir uns die Analysten anschauen, dann sehen wir, dass Hochtief schon überall drüber ist. Es sind sechs Analysten, habe ich jetzt gefunden und mittleres Kursziel ist 98,77, da liegen wir schon fast 10 Prozent drüber. Oberes Kursziel 109, auch da liegen wir leicht drüber und unteres Kursziel 88 Euro. Da sind wir schon 20 Prozent von entfernt und da werden wir auch nicht mehr hinkommen. Im allerschlimmsten Fall, er könnte vielleicht einen Absturz Richtung 100 drohen, wenn irgendwas richtig schief läuft. Ist aber nicht zu sehen, ist auch nicht anzunehmen und deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, an schwachen Tagen ist Hochtief eine Sache, die man sich anguckt, ob man sie ins Depot reinholt. Auf jeden Fall, man wird hier noch weitere große Rechenzentren bauen und alles und das ist natürlich hervorragend. Passend dazu, damit man so einen schönen roten Faden in der Sendung hat, hatte Billfinger vorläufige Zahlen veröffentlicht und auch hier sehen wir, die kommen gut an, in der Aktie läuft gut und ist auch eine Sache, wo man sich nicht verstecken muss, die auch ganz gut ins Depot gehört. Die EBIT-Marge fürs laufende Geschäftsjahr wird jetzt voraussichtlich 4,3 Prozent betragen und damit auch noch die Prognose von 3,8 bis 4,1 Prozent übertreffen. Der Free Cashflow wird voraussichtlich 122 Millionen Euro betragen und soll die Prognose von 50 bis 80 Millionen übertreffen. Und das wäre natürlich dann jetzt schon im Bestfall 42 Millionen mehr. Der Umsatz soll innerhalb der prognostizierten Bandbreite von 4,3 bis 4,6 Milliarden Euro liegen. Die operative EBIT-Marge hat sich am oberen Ende der Prognose entwickelt und wird voraussichtlich 4 Prozent betragen. Also auch hier sieht es gut aus, wenn wir uns das angucken, Marktkapitalisierung von Billfinger-Berger, 1,31 Milliarden. Dann haben wir ein geschätztes KGV fürs laufende Geschäftsjahr von 10 und wir haben noch ein geschätztes KGV fürs nächste Jahr von ungefähr 8,39. Also von daher ist es auf jeden Fall nicht schlecht und auch hier mit einem Billfinger an schwachen Tagen. Heute ist kein schwacher Tag, kommt es nochmal zurück Richtung 38, kann man sich das auf jeden Fall überlegen und sollte gucken, ob man sich die Aktie auch ins Depot holt. Die Aussichten sind nach wie vor auch sehr gut. Also unter uns gesagt, hört ja keiner zu, sind ja nur wir alleine hier. Billfinger und Hochtief, auf jeden Fall sehr schöne Alternativen fürs Depot. Heidelberg Materials sowieso, aber Klumpenrisiko aufpassen. Also nicht alle drei, aber eine Minimum sollte man im Depot haben. Aktuell wird meine Reihenfolge Hochtief, Billfinger und dann auf jeden Fall noch eine Heidelberg Materials. Kommen wir zu Intel. Wir wissen, wir haben Freitag oder vergangene Woche mit den Zahlen ordentlich gepatzt und es ging nach unten. Aber jetzt müssen wir nochmal drüber reden, denn die Kasse von Intel, die wird wahrscheinlich mit Subventionen zugeballert. Und man bekommt richtig, richtig viel Geld in die Kassen. Zum einen natürlich von Joe Biden und zum anderen gibt es auch jetzt Kohle aus Japan. Denn zusammen mit Nippon Denshin, wenn ich aktualisiere, müsste dann nämlich der richtige Name stehen. So haben wir es schon. Dankeschön an die Technik, als ihr es geändert habt. Nippon Telegraph & Telephone Corporation wird zusammen mit Intel den Halbleiter der nächsten Generation mithilfe optischer Technologie entwickeln. Das Ganze wird in Japan stattfinden und wird zusammen von der japanischen Regierung auch nochmal mit 300 Millionen Dollar umgerechnet. Also es sind 45 Milliarden Yen unterstützt. Also hier hat sich Intel auch wieder gut positioniert. Dann haben wir noch einen neuen Bericht, der heute über Bloomberg rauskam. Und da steht drinnen drin, dass die US-Regierung plant auch Subventionen in Milliardenhöhe an Intel und Taiwan Semiconductor auszugeben. Und das auf jeden Fall im richtig großen Rahmen. Also es hört sich auch sehr gut an. Und vor allen Dingen kann man hier dann auch sagen, dass es tatsächlich richtig Kohle gibt. Und das ist dann jetzt, da kriegt Nippon leider nichts mehr ab. Aber die Intel-Aktie wird wieder einen ganzen Haufen bekommen. Und da soll doch Taiwan Semiconductor, steht auf der Liste, was Geld abbekommen könnte. Und das Ziel der Maßnahme ist es, den Bau neuer Fabriken in den USA zu unterstützen. Und man rechnet damit, dass Joe Biden noch in dieser Woche, da muss er jetzt was tun, ne? Donald holt ja immer mehr auf. Da Neuigkeiten von sich gibt und die ganzen Subventionen hier verkündet. Das Wall Street Journal hat es am Samstag berichtet. Also die Projekte sollen mal, also hier soll der Bau von fortschrittlichen Halbleitern für Smartphones, künstliche Intelligenz und Waffensysteme Verwendung finden. Also die Führungskräfte gehen davon aus und das soll jetzt am 7. März erfolgen. Da spricht Joe Biden nämlich zur Lage der Nation. Und da muss er natürlich auch punkten und einiges für die Wähler im Gepäck haben. Es wird auch noch gemunkelt, dass Micron Technologies, da habe ich auch mal noch die Charts mitgebracht, damit man sieht, wer es noch ist. Hier haben wir Intel natürlich und TSMC, die Kohle auf wohl so gut wie sicher haben. Aber Micron Technologies, Texas Instruments und Global Foundries, die sollen auch hier tatsächlich ein bisschen von diesen Subventionen mit abbekommen. Wir sehen es an den Chart. Intel ist abgestürzt. Ist für mich ein Rücksetzer. Solange wir nicht unter die 40 Dollar fallen, muss man den verschmerzen, auch wenn er weh tut. Aber ich glaube trotzdem, Intel weiterhin auf einem ganz guten Weg. Vielleicht jetzt so ein kleines Übergangsjahr und dann wird man wieder richtig durchstarten. Micron sehen wir hier, ist auch gut unterwegs und natürlich auch Taiwan Semi-Manufactured Conductors, Semi-Conductor Manufacturing. Da haben wir die Zahlen ja auch schon gesehen, die waren bombastisch. Also die drei kann man blind holen. Texas Instruments hat ein bisschen mit den Zahlen gefloppt und Global Foundries ist jetzt auch nicht so meine erste Wahl. Aber einer von den dreien, hier kann man sich in Ruhe ins Depot holen, auch Richtung KI. Dann haben wir Apple, Microsoft. Wir wissen das ewige Duell. Und jetzt haben wir eine Umfrage gesehen. Und zwar hat man die Experten gefragt, wer in den kommenden Jahren die Nase vorn hat. Zwischen Apple und Microsoft wäre das wertvollste Unternehmen, vielleicht in ein, zwei Jahren. Und da hat sich Reuters 13 Experten herausgesucht und alle haben gesagt, wenn sie sich zwischen Apple und Microsoft entscheiden müssten, würden sie sagen, Microsoft, aber mehr als die Hälfte hat auch gesagt, hm, in ein paar Jahren dürfte aber weder Microsoft noch Apple das wertvollste Unternehmen sein. Die dürften sich höchstens um Platz zwei käppeln, weil auf Platz eins ganz klar die Aktie von Nvidia steht als wertvollstes Unternehmen der Welt, wenn es mit KI so weitergeht. Also müssen wir irgendwann darüber reden, dass Apple und Microsoft sich nicht mehr um Platz eins streiten, sondern Nvidia mit riesen sieben Meilenstiefeln, wie wir es auch hier im Chart sehen, von hinten angedüst kommt und in Sachen Marktwert beide überholt. Wie zum Beispiel auch, wenn man darüber redet mit dem Magnificent Seven, da hat zum Beispiel Jim Cramer gesagt, er rechnet damit, dass Eli Lilly Tesla da ablöst in Sachen Marktkapitalisierung. Manchmal ist er ja ein guter Kontraindikator, so wie ich, ne, aber in vielen Fällen, aber hier hat er recht gehabt, aktuell hat Eli Lilly jetzt tatsächlich Tesla in Sachen Marktkapitalisierung überholt. Lange Rede, kurzer Sinn, alle drei Aktien, die wir hier sehen, würde ich nicht aus dem Depot schmeißen, wenn ich sie hätte. Sie werden weiterlaufen, es ist alles ungebremst, wir gucken mal bei den Zahlen, Apple kommt am Donnerstag mit den Zahlen, da sind wir live auch dabei, sage ich gleich, wenn wir nochmal gucken und aus diesem Grund, die drei Aktien bleiben einfach im Depot. Dann kommen wir zu Holz im Himmel, wir sehen die Euphorie, dass man sich aufspaltet, ja, die ist so ein bisschen da. Man wird jetzt das, sagen wir mal so, man wird das Zementgeschäft aus den USA auch dort an die Börse bringen und ausgliedern. Was soll, eine Marktkapitalisierung bei 30 Milliarden Dollar ist geplant und die Aktionäre sollen in diesem Fall jeweils eine Aktie für das US-Geschäft und eine Aktie für das restliche Geschäft erhalten. Gleichzeitig hat man jetzt auch noch einen Wechsel an der Spitze bekannt gegeben. Der amtierende CEO Ian Yenisch wird jetzt Vorsitzender des Verwaltungsrats und Miljan Gutovic, der wird dann das Europageschäft, was er bislang geführt hat, auch abgeben und der neue Chef von Holzem. Wenn man jetzt das US-Geschäft haben möchte, kann man sich mal eine Aktie holen. Wir sind jetzt hier bei der Marktkapitalisierung von 37,9 Milliarden Euro. Wir haben ein geschätztes KGV von 11,84, was jetzt fallen soll Richtung ein bisschen tiefer. Aber ich würde sagen, also Holzem ist jetzt nicht zu teuer bewertet, wäre aber jetzt eine Aktie, um die ich mich nicht reißen müsste. Möchte man das Zementgeschäft aus den USA haben, ja, dann sollte man sich jetzt ein paar holen. Aber ansonsten, naja. Wo wir dann gerade beim Thema Börsengang oder Spin-Off oder irgendwas anderes sind, Reddit wird an die Börse. Ja, wir kennen es noch, die Reddit-Zocker, die mal für Furore gesorgt haben. Jetzt ist sie eher ein bisschen ruhig geworden und AMC ist auf einem absoluten Tiefpunkt. Runtergerauscht. Die möchten im ersten Halbjahr, im ersten Quartal sogar noch an die Börse gehen. Haben sie schon mal im Dezember 2021 probiert, ist dann aber so ein bisschen im Sande verlaufen. Und jetzt möchte man trotzdem an die Börse. Es ist ein bisschen konkreter geworden. Und wenn man sich sieht, kommen sie jetzt zum halben Preis. Sie hatten mal 2021, wo der ursprüngliche Börsengang angedacht war, hatten sie eine Finanzierungsrunde. Und da kam man dann auf eine Bewertung von 10 Milliarden US-Dollar. Jetzt wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag, also während wir so geschlafen haben, haben andere ein bisschen recherchiert. Da wurde bekannt, dass im ersten Quartal der Börsengang jetzt noch angestrebt wird mit einer Marktkapitalisierung von 5 Milliarden. Also nur noch die Hälfte. Das ist eine Sache, kann man zeichnen. Wenn sie kommen, würde ich dann aber wieder so schnell wie möglich danach das Weite suchen. Denn es geht auch jetzt hier darum, dass die ganzen Investoren auch so eine Art Exit-Möglichkeit suchen, die bislang bei den 10 Milliarden dabei waren. Die haben ja jetzt nur noch die Hälfte an Wert. Und dann kommt ein Börsengang. Und dann, je höher das Ding steigt, desto eher werden die versuchen, da wieder auf Plus und Minus Null aus der Geschichte rauszukommen. Also von daher, ich glaube schon, dass es ein Erfolg wird, weil viele Leute werden das zeichnen. Auch die ganzen Reddit-Anhänger, die es gut finden, die werden auch bestimmt zeichnen. Tja, im Wesentlichen ist es eine Plattform, die auch von Werbeeinnahmen liegt. Eine Community. Also, und im vergangenen Jahr sollen sie rund 800 Millionen an Werbung eingenommen haben, 2023. Muss man mal gucken, wie es jetzt konkreter wird und alles. Und dann kann man sich das angucken. So aus dem, von den ersten Daten her, würde ich sagen, zeichnen. Zeichnungsgewinne mitnehmen und dann sagen Dankeschön. Ryanair, die käppeln sich ja ein bisschen mit in den Reisebüros. Sondern die sagen, sie sind Verbrecher. Piraten, Entschuldigung, Piraten, nicht Verbrecher. Also, Ryanair hat schon lange das kritisiert, weil die Buchungsportale immer noch irgendwelche anderen Kosten obendrauf schlagen, von denen Ryanair natürlich nichts abbekommt. Und deswegen haben sie jetzt auch eine Klage dagegen eingereicht. Und deswegen haben einige Portale Anfang Dezember die Vermittlung von Ryanair-Flügen gestoppt. Das dämpft jetzt die Ticketpreise im dritten Quartal. Und deswegen muss Ryanair heute ein Stück zurückrudern und die Prognose senken. Aber wir sehen es, die Gründe sind bekannt. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Weil dieses mit dem Draufschlagen, finde ich auch immer ein bisschen komisch. Da kriegt man, oh ja, Flug. Und dann auf einmal Koffer hier, da, bumm, 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 bumm. Und schon ist das Ding 50, 60 Euro teurer, der Flug. Also, ja, die käppeln sich jetzt. Und deswegen muss man die Gewinnprognose fürs Gesamtjahr um 100 Millionen Euro kürzen auf 1,95 Milliarden. Also, ist trotzdem immer noch ein neuer Rekord. Und deutlich über den bisherigen Bestwert von 2018, da hat man 1,45 Milliarden Euro eingenommen. Also, jetzt strebt man noch 1,95 an. Also, wir sehen, die Prognosekürzung, ja, ist ärgerlich. Die Gründe sind nachvollziehbar. Und deswegen heute auch keine so große Reaktion darauf. Ist auch, ist auch okay. Aktie ist eine gute Halteposition. Kann man laufen lassen. Auf jeden Fall. So, jetzt nochmal schöne Grüße an Louis. Der hatte mir die Aktie geschickt. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich sie mit in die Sendung gebracht hatte. Jetzt aber bringe ich sie mit, weil sie morgen ihre Zahlen bringen. Und das ist Oshkosh. Auf die hatte mich der Louis aufmerksam gemacht. Die Hersteller von Spezialfahrzeugen. Und ich bin nochmal darauf aufmerksam geworden, weil ich einen Artikel gelesen habe, dass immer mehr Kommunen und alles Feuerwehrfahrzeuge bestellen. Während Corona und wo alle klamme Kassen hatten, hat keiner was bestellt. Und das ist jetzt quasi so ein riesen Nachholeffekt, dass fast jeder jetzt versucht, seine Feuerwehr auf Vordermann zu bringen. Und auch hier tatsächlich neue Sachen bestellt. Oshkosh macht aber nicht nur Feuerwehrwägen, sondern macht auch Electric Vehicles. Also wir sind überall mit gut dabei. Das muss man jetzt schon extrem sagen. Wenn wir uns den Chart angucken, sind sie auch gut dabei. Denn sie gehen gerade hier raus. Und das ist natürlich auch nochmal eine Sache, dass es jetzt hier so doppelt gut ist. Denn morgen kommen die Zahlen und schon vorher geht die Aktie hier oben wieder raus. Und das ist ein gutes Zeichen. Zwar nur ganz klein, aber trotzdem, wir sehen es hier. Sie kommt raus über die 110 US-Dollar. Das ist auch charttechnisch ein gutes Zeichen. Das ist zwar ganz knapp mit 48 Cent. Kann man aber mal beobachten, wie es weitergeht, wenn sich der gute Trend fortsetzt. Freitag sind sie jedenfalls hier kurz drüber gegangen. Kann man das hier gucken? Ne, auch nicht. Also, wir sehen es. Die Aktie ist da rüber gegangen. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal angucken, genauer bei Oshkosh, dann haben wir wirklich gute Chancen, dass morgen am 30. Januar, die Zahlen für das Gesamtgeschäftsjahr, dann haben wir wirklich gute Chancen, dass die wirklich brummen. Ich habe nochmal die Zahlen für das dritte Quartal, die sie vermeldet haben, mitgebracht. Und da ist der Nettogewinn um 210% gestiegen, nämlich auf 183,7 Millionen US-Dollar. Wenn wir das uns als gewinnige Aktie ausrechnen, ist er von 91 Cent auf 2,81 Dollar gestiegen. Der Umsatz ist um 21% gestiegen auf 2,51 Milliarden US-Dollar. Die Gewinnmarge ist von 2,9 im dritten Quartal des Vorjahres, dieses Jahr jetzt hier auf 7,3 gestiegen. Also schon mal die Zahlen fürs dritte Quartal waren bombastisch. Ja, muss man so sagen. Und jetzt haben wir aktuell eine Marktkapitalisierung von 7,22 Milliarden US-Dollar, ein KGV von 13, der im kommenden Jahr Richtung 10 fallen soll. Morgen gibt es die Zahlen, ist eine Aktie, die man sich auf jeden Fall auf die Watchlist, ich glaube, Louis hat sie auch, ne? Und den kann man sich auf jeden Fall nicht nur auf die Watchlist schauen. Und wer vielleicht noch ein paar Zweifel hat, heute Abend kommt von einem Konkurrenten, wo es ähnlich gut aussieht. Also nicht nur Oshkosch, sondern ich habe dann auch noch einen Konkurrenten gefunden, wo es fast genauso gut aussieht. Also hier haben wir auch ungefähr jetzt so ein charttechnisches Signal. Hier sind es allerdings die 18 Dollar, sehen wir hier. Auch hier ist die Aktie am Freitag, bin mir noch nicht ganz sicher. War schon drüber, hat zurückgesetzt jetzt und jetzt ist die Frage, kommen wir hier wieder raus? Und die Rede ist von der REV Group und die machen auch Ähnliches. Also hier sehen wir auch, die machen nämlich auch Feuerwehrwagen, die machen Krankenwagen und auch noch Kühlwägen. Also alles, was nur dazugehört und natürlich auch Elektrik, alles. Und bei denen läuft es ähnlich gut. Wenn wir uns das angucken, hier, wenn sie über die 18 rausgehen, haben wir ein charttechnisches Signal, das man tatsächlich kaufen kann. Auch hier, wenn wir uns das angucken, die haben schon ihre Ergebnisse für das komplette Geschäftsjahr abgeliefert, geben aber heute Abend ein Update für das laufende Jahr. Und wenn das gut wird, kann man auch damit rechnen, dass bei Oshkosch alles hervorragend läuft. Also auch hier eine Aktie, die man sich auf jeden Fall angucken sollte. Nämlich wenn wir uns das angucken, sind wir hier auf einem ähnlichen Niveau. Wir haben einen Nettogewinn, der um 198% gestiegen ist, auf 45,3 Millionen. Alles ein bisschen kleiner. Gewinn, die Aktie ist von 25 auf Cent auf 77 gestiegen. Und die Gewinnmarge, da ist es ein bisschen anders. Die ist nur von 0,7 auf 1,7 gestiegen. Allerdings, trotzdem läuft es hier wirklich sehr gut. Es ist natürlich alles ein bisschen kleiner als bei Oshkosch. Das ist ein kleinerer Konkurrent, der aber jetzt auch zuletzt richtig gut Gas gegeben hat. Und der liegt, ich glaube das Update ist schon draußen. Ich gucke gerade auf CMC. Da ist die Aktie im Vorbörslich schon fast 10% im Plus. Also, okay. AIV Group hat sich so gerade in den Sand gesetzt. Aber man ist jetzt schon bei 1980. Okay. Das ist aber trotzdem, kann man, haben wir noch Oshkosch im Hintergrund. Jetzt, schau. Ja, wir haben eine Marktkapitalisierung gerade mal von einer Milliarde und bei AIV. Aber es ist eine Aktie, die man trotzdem auch auf der Watchlist mit weiterführen kann. Auch wenn es heute dann, ja, ein bisschen zu spät gekommen bin. Hättet ihr nicht gedacht, es kommt nach Börsenschluss. Tja. Jedenfalls scheint es wohl draußen zu sein. Könnt ihr euch auch nochmal angucken. AIV Group liegt vorbörslich 10% im Plus. Und bei Oshkosch könnte es ähnlich aussehen. Damit sind wir bei Build Your Dreams angekommen. Und die sind heute erneut im Minus. Und zwar 3,75%. Weil, hallo, Koko ist im Chat. Hallo, Schimans. Hallo, Jürgen. Hallo, Kater P. Hallo, Andi. Ich habe mich verdrückt. Zurück zu Build Your Dreams. 3,45%. Im Minus. Dies gibt vorläufige Zahlen und die passen nicht. Und zwar um 70 Millionen Dollar. Man hat die vorläufigen Zahlen rausbekommen. Und da nach vorläufigen Zahlen wird das Nettoergebnis bei 29 bis 31 Milliarden Euro liegen. Das sind umgerechnet ungefähr 4 Milliarden Euro. Das wäre ein Anstieg von 75 bis 87%. Allerdings hatten die Experten mit 31,5 Milliarden Höhen gerechnet. Deswegen ist die Aktie heute unter Druck. Ja, 500 Millionen Höhen sind ungefähr 70 Millionen Dollar. Und damit dann noch ein bisschen weniger in Euro. Das ist der Grund, warum die Aktie heute auf dem Mehrjahrestiefen weiter abtaucht. Ich glaube, jetzt testen wir tatsächlich die 20. Ob sie so leid es mir tut. Ich bin ja ein super Fan. Aber wenn der Markt nicht will, dann kann ich auch noch so oft sagen, es ist gut. Jetzt passen die Zahlen leicht nicht. Natürlich hat sich Build Your Dreams auch. Jetzt musste die Preise senken. Was sich natürlich dann auch jetzt wahrscheinlich dadurch bemerkbar macht, dass man eben die 500 Millionen Höhen an dem Preiskampf ein bisschen verloren hat. Wenn ich sie hätte, würde ich sie trotzdem nicht rausschmeißen und bei 20 nachkaufen. Also wir bleiben dabei. Kann nur besser werden. Wir sehen es heute. Haben wir Super Micron, dann haben wir Cliffs, Whirlpool, Haushaltsgeräte. Dann bin ich gespannt, wie das läuft. Wir machen uns so langsam warm. Für Dienstag, da haben wir dann Pfizer, GM, UPS. Das ist dann zum Warmlaufen und abends wird es dann richtig happig. Da haben wir AMD. Dann haben wir Alphabet. Und Microsoft. Boeing. Spannend wird es dann wieder am Mittwoch. Da haben wir zum Beispiel Novo No Disc. Da gucken wir, wie es läuft. Und da kann man vielleicht auch ein bisschen nochmal auf Eli Lilly Rückschlüsse ziehen. Und Donnerstag, da sind wir dann live mit dabei. Stefan und ich. 21.45 Uhr sind dann Stefan und ich auf Sendung, wenn es dann um die Zahlen von Apple, Amazon und Meta geht. Und wir werden natürlich auch nochmal die Zahlen des Tages von Stefan dann charttechnisch beleuchten lassen. Gucken, wie lange es dauert, bis Peloton auf Null fährt. Und Caribbean, natürlich auch sehr interessant. Und Altria, da gibt es dann Kippen. Also, weiter geht es im Text. Und wir kommen zu dem ewigen Sorgenkind Bayer. Und auch hier sind wir jetzt mittlerweile auf dem 18-Jahres-Tief angelangt. Denn heute geht es wieder kräftig nach unten. Es ist gruselig, denn wir haben eine neue Höchststrafe gesehen. Klar ist aber auch, dass wir tatsächlich hier natürlich eine Reduzierung sehen. Habe ich mich jetzt vertan? Du hast einen Chart von Hochtier. Tatsächlich, die bricht gerade ein. Also, ich gucke gleich nochmal. Ich lobe die hier in höchsten Tönen und auf einmal geht das Ding jetzt runter in den Keller. Was ist denn da passiert? Habt ihr jetzt alle, was ich gesagt habe, toll verkauft? Ja, hier. Schön, ich gucke gleich nochmal drauf, was da passiert ist. So kurz vor der Sendung. Ups. Vielleicht muss ich meine Meinung nochmal revidieren. Ich schaue gleich, was da los ist. Kommen wir zurück zu Bayer. Und wir gucken auf dieses Mehrjahres-Tief, was die Aktie jetzt hat. Man ist natürlich wieder verdonnert worden. 2,2 Milliarden. Und es geht natürlich um Glyphosat. Das ist eine Geschichte mit einem 30 Meter langen Bart. Da müssen wir nicht alles nochmal tatsächlich aufdröseln. Wir müssen auch nicht aufdröseln, dass die 2,2 Milliarden, die jetzt da zu den Bayer verurteilt worden sind, am Ende Bestand haben. Sondern dann gibt es eine Berufung. Wir wissen, dass Bayer sagten. Wir sind davon überzeugt. Dann gibt es eine Berufung. Dann wird der Richter das runtersetzen auf um die 200, vielleicht 300 Millionen Dollar als Ausgleich. Wissen wir noch nicht. Beim letzten Mal waren es, glaube ich, aber auch nur 58 oder so. Auch nachdem wir bei Milliarden waren. Ja. Ich sage es schon länger her. Die Aktie hat jetzt seit Jahresanfang 9% verloren. Die Analysten 21 schauen drauf, haben ein mittleres Kursziel von 46. Was wäre hier? Davon bin ich aktuell nicht überzeugt. Wie gesagt, ihr kennt meine Meinung. Wir kaufen erst, wenn sich Bill Anderson zu Wort gemeldet hat. Also bislang hat er überhaupt nichts bewirkt. Und die Parolen, die er da macht, die sind schön und gut für eine Präsentation. Präsentationen helfen der Aktie aber nicht seit Jahresanfang. Obwohl wir einen guten Start ins neue Jahr gesehen haben hier. Liegt sie mittlerweile 9% seit Jahresanfang im Minus. Also war ein kurzes Strohfeuer. Und solange sich Bayern nicht dieses Glyphosat von der Backe schafft, wird das auch nichts erstmal. Müssen wir nicht drum herum reden. Wacker Chemie heute auch mit Zahlen. Auch hier. Läuft sie nicht ganz so rund. Wir haben einen Umsatz, der im abgelaufenen Jahr um 22% eingebrochen ist auf 6,4 Milliarden Euro. Und damit hat man sogar die bereits reduzierten Erwartungen noch nicht mal getroffen. Deswegen sehen wir hier einen Chart, der nicht so schön aussieht. Unterm Strich hat Wacker, oder wir haben vorläufige Zahlen jetzt nur gesehen, die eigentlich so 3,130, 330 Millionen Euro Gewinn nach 1,3 Milliarden im Vorjahr. Tja, Krise am Bau. Okay, Marktkapitalisierung bei Heidelberg-Marchivier sieht man jedenfalls nicht. Market Cap 4,99 Milliarden Euro. Wenn wir uns die Analysten angucken, 15, mittleres Kursziel, 121. Nach den Zahlen jetzt erstmal nicht. Da können wir froh sein, wenn die Aktie sich mal Richtung 110 orientiert. Unter 100 erstmal die Finger von der Aktie lassen. Vielleicht geht es jetzt tatsächlich bis zum Tief hier unten, bis 90. Da kann man dann versuchen, mal wieder einen Fuß in die Tür zu setzen. Also als erstes mal ruhig bleiben. Wir haben ein geschätztes KGV für das neue Geschäft sei jetzt von 19. Also es wird auch nochmal damit gerechnet, dass man jetzt hier im kommenden Jahr nicht an die Werte von 2023 rankommt, wo man auch schon gesenkt hat. Erst 2025 soll dann wieder auf Wachstum geschaltet werden. Muss man tatsächlich mal abwarten. Also Aktie drängt sich aktuell überhaupt nicht auf. Stabilus drängt sich auch nicht so richtig auf, wenn wir uns das Ganze angucken. Heute mit der größte Verlierer im Hemdachs. Ja, man hat einen Umsatz zu 5,1% gesteigert. Ist ja nicht schlecht. Allerdings sind jetzt die Umsätze in der wichtigen Region Amerika aufgrund von Streiks in der Automobilindustrie zurückgegangen. Die operative Marge ist von 11,2% auf 10,9% gesunken. Das sind jetzt keine Zahlen, die einem wirklich so richtig extreme Bauchschmerzen verursachen, weil Streiks hören ja auch wieder auf. Siehe da, Bahn hat heute ja auch aufgehört. Gucken, ob die 7,50%, ob die Aktie hier unten in dem Bereich wieder ihren Boden hier findet, wo sie ihn schon ein paar Mal gefunden hat. Hier so nicht direkt, 75,50% ist ein bisschen tiefer. Mag 57 sein. Der Klotter würde uns jetzt den ganz genauen Kurs sagen. Einfach hier in dem Bereich, sollte die Aktie da runterkommen, ihren Boden finden, dann kann man sich dafür auch schon wieder ein bisschen interessieren. Ansonsten jetzt erstmal Finger weg. GFT hingegen, das genaue Gegenteil, die legen zu. Die haben ja jetzt vor kurzem eine Übernahme getätigt. Das ist die erste grüne Kerze. Jetzt legt die Privatbank Bernberg nach und hat die Aktie auf Beigestuft. Kursziel 36 Euro belassen. Man hat gesagt, mit dem Zukauf steige GFT Technologies in Lateinamerika zu den drei größten Anbietern von Informationstechnologie für das Bankwesen auf. Also, von daher geht es hier auch nach oben. Nach unten geht es heute. Ein wenig mit dem Portfolio, aber wir liegen noch drei Prozent vorne. Haben wir einen großen Ausreißer drin, außer jetzt bei den Scheinen. Mutter Agil fängt sich wieder ein bisschen. Die haben nur Gewinnmitnahmen heute eingesetzt. Die Aktie war kurz sieben Prozent im Minus. Jetzt rappelt sie sich schon wieder ein bisschen auf, also auch davon nicht wirklich verunsichern lassen. Kommt immer mal wieder bei der Aktie vor. Sie war kurz über fünf, hat kurz unter vier korrigiert, aber gut ist, dass sie schon wieder über fünf zurück ist. Also, muss man sich auch keine so richtig großen Sorgen machen. Die Aktie läuft und läuft. Wenn sie sich verdoppelt hat, freuen wir uns, falls jemand dabei war. Kommission Zuschauerfragen, FACC entwickelt, produziert und wartet gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften weltweit Flugzeugkomponenten und Systeme, wissen wir alles. Marktkapitalisierung 265 Millionen Euro, also ein klitzekleines Unternehmen aus Österreich, das auch immer wieder klitzekleine Probleme hat. Wenn wir uns das angucken, ist der Verlust nach den Q3-Zahlen um 53 Prozent ausgeweitet worden auf 14,7 Millionen Euro. Der Umsatz hat zwar leicht zugelegt um 6,5 Prozent, aber natürlich hohe Materialkosten und alles belasten. Schaut man sich das im Ergebnis die Aktie an, ist es von 21 Cent Verlust auf 32 Cent Verlust gestiegen. Jetzt sehen wir so eine leichte Erholung im Kurs. Wer die gerade mitfährt, der kann die auch mitfahren, der kann die auch bis ungefähr 6 Euro. Da müssen wir dann sehen, ob die Aktie dann da drüber kommt. Am 22. Februar gibt es die Zahlen für das komplette Geschäftsjahr. Da könnte sich dann entscheiden, in welche Richtung es geht. So richtig für alle interessant wird die Aktie wirklich erst, wenn sie wieder über die 6 hier rausgeht und dann, wenn die Spitze hier weg ist, dann ist der Weg ein wenig frei. Aber dafür müsste sich die Nachrichtenlage doch deutlich aufhellen. Aktuell sehen wir eher so einen Abwärtsschub hier, leichte Tendenz, dann mal wieder eine kleine Gegenbewegung, Abwärtsschub, Gegenbewegung, Abwärtsschub. Jetzt ist die Frage, ist es nur eine Gegenbewegung und sehen wir dann den nächsten Abwärtsschub oder, Entschuldigung, kann es hier oben ein bisschen rausgehen. Das hat sich noch nicht entschieden, das wird auch mit den Zahlen zusammenhängen, das wird damit zusammenhängen, wie das vierte Quartal für FAC gelaufen ist. Wie gesagt, wenn ich investiert wäre, würde ich hier mitgehen, aber insgesamt wenn wir uns das angucken, müssen wir aus diesem Abwärtstrend hier rauskommen, da sind wir so ein bisschen kurz davor, aber für mich muss dann auch noch hier was passieren, dass wir wieder mal ein höheres hoch sehen, weil zuletzt war das ja nicht der Fall, die Hochslagen immer tiefer, deswegen ist die Aktie weiterhin mit Vorsicht zu genießen. Ganz anders sieht es da aus bei Kreditagrikol, hier kann man glaube ich an einem schwachen Tag mit einem ruhigen Gewissen sofort zugreifen, man bietet Produkte, Dienstleistungen für Privatkunden, Unternehmen und Versicherungen und Investmentbanking in Frankreich, Italien, Fragen dem übrigen Europa und sogar international an, also hätte man auch hier kurz zusammenfassen können, ungefähr weltweit. Schauen wir uns die Zahlen für das dritte Quartal an, Umsatz plus 64% auf 8,56 Milliarden Euro, Nettogewinn plus 115%, 2,38 Milliarden Euro, Gewinnmarge von 21 auf 28% hoch. Anlegerherz, was willst du mehr? Aktie läuft seitdem auch wieder richtig rund, an schwachen Tagen kann man sie wirklich kaufen, sie ist jetzt auch hier wieder rausgegangen und zwar ohne zu moppern mit einem kurzen Rücksetzer und dann wieder zurück, also muss man sagen, das ist ja auch ein 5-Jahres-Chart, wenn man den kleiner macht, sieht der natürlich noch besser aus und hier sehen wir es, jetzt, die Aktie läuft weiter am schwachen Tag, kann man die ruhig kaufen, Marktkapitalisierung 38,41 Milliarden Euro, KGV 7,4, soll ein bisschen steigen, man rechnet damit, dass der Umsatz ungefähr so um 500 Millionen steigt, aber man beim Gewinn je Aktie ein bisschen unter dem Vorjahresniveau bleibt, aber wir haben auch noch eine Dividendenrendite, die für 2024 bei 6,93% liegen soll, soll 93 Cent geben, also ein Top-Dividendenwert, kein Megasprinter, aber läuft, also ich würde sagen, ich habe mir so ein Kursziel von 20 Euro ausgerechnet, innerhalb von 12 bis 18 Monaten, aus diesem Grund, testet die nochmal die 13, kann man hier sofort drauf springen, so, Excel Service Holdings und da sehen wir, geht auch wieder raus, das ist ein Unternehmen für Datenanalyse, digitale Abläufe, KGV haben wir hier von 30, der auf 21 fallen soll, diesem Jahr hat die Aktie 5% zugelegt und die Marktkapitalisierung liegt bei 5,3 Milliarden. Am 27. Oktober gab es das Ergebnis für das dritte Quartal, man hat so in etwa die Erwartungen der Analysten getroffen, weil, muss man sagen, war jetzt nichts Tolles, aber auch nichts Schlimmes. Wenn wir uns das so angucken, Nettogewinn ist um 12% gestiegen auf 43,9 Millionen Dollar, Umsatz ist um 14% gestiegen und EPS ist daneben 23 Cent zu 26 Cent gestiegen, Gewinnspanne ist bei 11 geblieben. 11 Analysten schauen auf den Wert, beim Kursziel sind wir jetzt ungefähr beim durchschnittlichen, das ist bei 24,23, das höchste ist bei 36 und das niedrigste bei 28. Das ist jetzt eine Aktie, wo ich sagen kann, die kann man ruhig halten, aber ich sehe da jetzt auch nicht irgendwie das ganz große Potenzial. Ich bin auch mal so bei dem durchschnittlichen Kursziel vielleicht hier 38 wieder, wenn alles gut läuft, aber dass das jetzt so ein richtiger Sprinter wird, das haben wir hinter uns und jetzt müssen wir erst mal abwarten. Sie ist nicht überbewertet, ich habe es ja eben gesagt, KGV 30,21, ist jetzt nicht extrem überbewertet, aber mir wäre einer Richtung 10 lieber. Aus diesem Grund eine gute Halteposition, aber mehr nicht. Muss man nicht hinterher springen. Samsung SEI, wir sehen es hier, kann man jetzt mal probieren, wenn wir uns das Ganze angucken, dann haben wir tatsächlich so eine Möglichkeit, wir wissen Batteriehersteller aus Samsung, Marktkapitalisierung 16,18 Milliarden, KGV 11. Zuletzt haben die Zahlen nicht ganz so gepasst, aber wenn man jetzt drauf guckt, sind sie schon wieder einen Schluck besser geworden. Wir haben Umsatz, der um 10,8 Prozent angezogen ist, also so langsam bessert es sich wieder auf. Mal hier jetzt so einen kleinen Fuß in die Tür zu stellen, den man auch tatsächlich bei um die 60 wieder absichert, weil wir sehen es, es hat immer mal wieder kleine Gegenbewegungen gegeben, hier haben wir sogar eine große gehabt und da hätte man fast denken können, ja, jetzt haben wir es, aber dann ging es tatsächlich weiter wieder runter. Deswegen, wer es probieren möchte, stellt einen kleinen Fuß in die Tür, sichert den bei 60 erstmal ab und wenn die Aktie da tatsächlich drunter fällt, muss man auch erstmal wieder die Reißleine ziehen, weil dann wissen wir nicht genau, wo es hingeht. Ansonsten besteht, trage ich mal eine Chance, 50 vielleicht sogar noch ein bisschen besser, dass man hier so einen kleinen Wendepunkt erwischt hat. Aber ob das jetzt tatsächlich dann bis 80 oder bis 70 geht, muss man mal abwarten. Wir sehen hier den Jahreschart, da hätte man wie bei vielen anderen, das ist ja keine chinesische Aktie, aber wie bei vielen chinesischen Aktien hätte man hier schon ein paar Mal denken können, Juhu, wir haben es geschafft, aber danach durfte man dann auch immer wieder Pustekuchen sagen. Also, kleiner Fuß in der Tür, erste Anfangsposition, ja, aber mehr auch wirklich nicht erstmal. Dann haben wir, wo ist denn mein Solway noch? Auch hier, muss ich sagen, bin ich jetzt noch nicht so überzeugt. Wir haben jetzt hier diesen Anstieg gesehen, weil man Spin-Off bekannt gegeben hat. Wir sind jetzt hier tatsächlich, ist ein Spezialchemie-Konzern, der bislang auf drei Beinen stand und davon hat man das Beste jetzt, Materialien mit einem Namen, von dem ich noch nicht mal weiß, wie man den aussprechen soll. Das komme hier hin. Darf sich jeder selber aussuchen, wie man das ausspricht. Science Quo hat man seine Materialsparte an die Börse gebracht, ausgegliedert, hat für Fantasie gesorgt, dann wieder ein Stück rein. Insgesamt würde ich bei beiden höchstens sagen, halten. Ich sehe jetzt hier, sehen wir auch, im Kurs extrem nach unten gegangen, hat sich jetzt wieder ein bisschen erholt, dass es jetzt hier oben wirklich so richtig weitergeht. Davon bin ich auch noch nicht überzeugt. Wenn wir uns das sehen, wir haben, als sie noch komplett zusammengegangen waren, oder zusammen waren, haben wir im dritten Quartal gesehen, dass sich das Ergebnis, die Aktien mehr als halbiert hat. Also ein bisschen mehr, 51% zurückgegangen, von 4,35 auf 2,11. Das ist ein Nettogewinn dann noch von 220 Millionen, aber eben 51% weniger, als im Vorjahreszeitraum. Gewinnmarge ist von 10 auf 7,3% gefallen. Ich kann dem Ganzen jetzt nichts abgewinnen, dass ich sage, juhu, hier werden wir eine riesen Gegenbewegung sehen, oder das wird toll. Aktuell haben wir zwar Fundamentaldaten, die passen, aber die müssen ja jetzt auch alles nochmal neu berechnet werden, weil ich glaube noch nicht bei den Daten, die ich gefunden habe, dass da jetzt schon die Aufspaltung und alles drin ist. Marktkapitalisierung 2,34 Milliarden, KGV für 24, 8,2. Soll aber 2,25 schon auf 9,2 steigen. Also man hat jetzt hier auch keinen Wachstumswert und beide, auch das Spin-Off springt mich jetzt nicht an, obwohl es die besseren Margen hat. Und deswegen, nö. Nö! Und ähnliches gibt da für Spinway. Da habe ich auch noch drauf geguckt. Ich weiß zwar jetzt gar nicht, wo es hin ist, aber wir holen es uns schnell. So. Auch wenn die Aktie heute 40% zuglückt. Ich habe keinen Grund dafür gefunden. Man beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung, Vermarkten von Implantaten und chirurgischen Instrumenten zur Behandlung von Erkrankungen der Wirbelsäule. Also ich kann mir nur vorstellen, irgendeiner wirbt gerade wieder für die Aktie. Deswegen ist da einer darauf aufmerksam geworden. Wenn die wirklich so bahnbrechende Technologien oder irgendwas hätten, dass das Ding wieder richtig anzieht, dann hätte die da unten schon längst jemanden aufgekauft. Also wir sind ja in Frankreich und Marktkapitalisierung 1,6. Ich gucke jetzt gerne nochmal drauf, aber ich habe jetzt nichts gefunden, warum die auf einmal 40% steigen sollte. Mein Tipp ist nach wie vor, das ist ein Roulette-Spiel. Da kann man sich nicht verlässlich, kein verlässliches Investment, wo man planen kann. Auf keinen Fall. So, und jetzt gucken wir uns an, was ist los bei Hochtief? Händlergericht lehnt Klage von Albertes weitgehend ab. Das ist so. Schauen wir uns das nochmal in Ruhe bis morgen an. Aufgrund der ganzen Aussichten würde ich trotzdem sagen, das ist jetzt kein Beinbruch, sondern eher eine Chance. Gucken. Wo wir noch gucken können. Ich glaube. Ich glaube. Ich nuschle jetzt nur, weil ich hier was lese. Danach kann ich euch sagen. Ein Gerichtsurteil in Spanien. Dort hat die dritte Kammer des obersten Gerichtshofes die Forderung von Albertes, dem Konzessionär für die Autobahn AP7, in großen Teilen zurückgewiesen. Das Unternehmen verlangte mehr als 4 Millionen Euro vom spanischen Staat. So sieht es aus. Albertes möchte 4 Millionen vom europäischen, nicht vom europäischen, sondern vom spanischen Staat. Man hat geklagt. Und die Klage ist abgewiesen worden. Und jetzt könnte Hochtief hier in die Röhre gucken, weil man eben Albertes übernommen hat. So sieht es aus. Da müssen wir mal gucken und durchrechnen, wie das alles so ist. Aber ich würde jetzt trotzdem erstmal sagen, wir bleiben dabei. Also, 4 Milliarden, schaut man in die Röhre, müssen wir mal abwarten. Fragen, Hochtief-Projekte bei sinken. Hochtief fällt wegen iRobot. Ja, weiter, so gefällt mir das. Nein, das weiß ich nicht, WFDS, weil ich Steuern nicht so auskenne. Aber ich kann mal jemanden fragen, der das ist. Und der, den ich frage, ist der Luis. Der weiß alles. So, Coco hat es auch. Was habe ich für etwas anderes als 4 Milliarden gesagt? Habe ich mich versprochen, mit 10 Milliarden, weil sie es verknackt haben. Hier steht auch 4 Milliarden. Und Hochtief hat die vor 5 Jahren übernommen. Alles gut. 4 Milliarden stimmt. Falls ich etwas anderes gesagt habe, bitte ich das zu entschuldigen. Aber Coco passt ja wie immer auf und korrigiert. Hervorragend. AMD, halten. Halten. Habe ich 4 Millionen gesagt? Oh Gott, 4 Milliarden. Das ist natürlich mehr, ne? 4 Millionen wäre schön, ne? Dann wäre es keine 10%. Aber wir rechnen nochmal durch. So, Markus, was meinst du zu einer Arme, auch mit Vorsicht zu genießen? Aber ich glaube, so insgesamt Tendenz eher aufsteigend. Mick, aber wenn du ein schlechtes Gefühl bei AMD hast, geh raus vor die Zahlen. Aber die Zahlen kommen am Donnerstag. Und ich glaube, die werden gut. Brannix. Ich schreibe mir das mal auf. Brannix. Ansonsten, ne, mit, äh, da hast du ja Klotti. Ja, das ist schon nur ein geringfügiger Unterschied. 3,96 Milliarden Unterschied, das ist auch nicht so schlimm, Koko. Woodside Energy Group. Okay. Mick. Die nehmen wir dann. Dann nehmen wir die. Compu Group. Das bin ich jetzt so kein Fan von. Warte, wir gucken mal zusammen auf den Chart. Ich glaube, das ist der ganze Hype. Na, willst du jetzt? Also, allerhöchsten Seiten. Ja, die Digitalisierung und alles, die schreit voran. Das ist aber am Kurs eingepreist. Und ob jetzt so viel Telemedizin und alles da noch durchkommt. Man darf sich jetzt da nicht von verleiten lassen, dass die Aktion mal da oben stand. Das war ein totaler Hype, der zu einer totalen Überbewertung geführt hat. Kommt sie über die 40 raus, glaube ich, dass sie vielleicht schon noch Richtung 45 laufen kann. Ich will das jetzt auch keinem ausreden. Aber dafür musst du da jetzt nachhaltig über die 40 rauskommen. Sehen wir ja hier, dann ist das so ein bisschen abgehakt. Und vorher würde ich höchstens halten und jetzt noch nicht versuchen, drauf zu springen. Gigacloud Technologies. Hat sie eine Chance? Sie hat eine Chance. Auf den Cayman-Inseln. Cayman. Wow, die stand vor drei Jahren aber mal ganz woanders. Ja, okay, gucke ich mir mal an. Was gucke ich mir an? Gigacloud. Gut. So. Wenn ich dir das sagen könnte, uh, 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 da fehlt ja kein, wann ich noch ein U dazu dichten, ähm, ja, dann, dann wäre ja, wäre ich schon längst selber, bis wir beide Ohrläppchen in Alibaba investiert. Ob da am Boden gefunden ist, ob die ganzen Maßnahmen, die die chinesische Regierung erlässt, ob die greifen. Jetzt wird, äh, Evergrande ab, äh, gewickelt, weil man genug Zeit verstreichen lassen hat. Und, ähm, es gibt so viele Probleme weiterhin. The Beauty Dreams, sag ich auch, wenn eine Aktie, die ich trotzdem noch kaufen würde. Und heute verliert sie auch schon wieder vier Prozent. Der chinesische Markt ist aktuell für mich nicht zu, also für mich jedenfalls, nicht zu greifen. Wenn man einen Fuß in die Tür stellen mag, ja, aber ich würde jetzt definitiv, egal bei welchem Wert, keine extrem große oder irgendwas Position eingehen. Da ist höchstens eine Zehn, eine dicke Zehe in der Tür erlaubt. Und dann, wenn das Ganze mal wirklich richtig nachhaltig dreht, dann ja, aber jetzt da irgendwie zu sagen, yes, rauf oder so, traue ich mich nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Dann bin ich, äh, zu vorsichtig. So. Was? Zink 8 Energy? Ich glaube, da kann nichts Gutes bei rauskommen. Hans, hab ich doch gedacht, 0,22 Cent und abgegangen wie Schmitz Katze. Was machen die? Super. Wenn ich jetzt sage, geh da raus und ich steig noch ein Stück weiter, bin ich der Doofe. Sage ich, äh, bleib drin und die fällt zurück, weil sie wieder zusammengefaltet wird nach dem Anstieg von 0,6 Cent im Ende November auf 22 Cent. Wenn du dann dabei gewesen bist, bist du der König. Aber jetzt würde ich, äh, keine solide Einschätzung zu der Aktie abgeben. Ein Pennystock aus Kanada. Meine Lieblingsfavoriten. Hast du einen Pennystock gewählt? Ja, genau. Leider, äh, geht 10er 8 Energy haben wir vorbei und, äh, bei Sophie gibt's ein schönes Gap zum Schließen, Lulu. Meinst du? Dann gucken wir nochmal drauf morgen, ob dieses Gap geschlossen werden will. Aussi Markt, Maja Mellenhoff, das ist so ein Pappkarton, oder? Die Verpackungsspezialist. Oder, Wolfi? Bin, liege ich da richtig? Meier Mellenhoff Karton. Ja, ich liege richtig. Da rappelt's im Karton. Halten. Halten, warten, wie es in der 130 ausgeht. Wenn ihr da abbreit und ein Stück zurückkommt, dann entweder nachkaufen und ich guck mal bis morgen, ob die über 130 ausbrechen könnte. Das sag ich aber nur in einem Satz. So. Pennystock Spezial für Markus, glaube ich, könnt ihr mir alle Sachen können. Können wir gerne machen. Oder rate dem Pennystock. Ihr sagt, schreibt die Aktien immer rein und ich so ein Tipp spiele. Ich tippe dann, das ist ein Pennystock oder das ist kein Pennystock. Warum kommt gefühlt jedes zweite Pennystock-Unternehmen aus Kanada? Weil da die Zulassungs da nicht so hoch sind und weil die ja nicht hier sein können. Die müssen ja weit weg sein von allen, die sich über dieses Unternehmen auch irgendwie ansatzweise informieren könnten. Je weiter weg, desto schwieriger und desto mehr könnten hier Leute sagen, das ist die Bombe. Und dann springen alle drauf und dann macht so ein Ding, zwei, dreihundert Prozent. In den meisten Fällen sind es aber die, die am meisten damit verdienen, diejenigen, die die Aktie empfehlen. Christoph Luggen, weil es dort einfach, René, ja. Coco, übernehmen Sie. Warte. Ich wünsche dir ein... Sophie hat auch 13,4 Shop. Ja, könnte eine gute Alternative dann sein, ich weiß aber nicht, wann die Zahlen kommen. Ich habe auch mir schon zwei rausgesucht, wo ich sage, zwei Aktien, wo ich sage, da könnte ein Short-Squeed nach den Zahlen rauskommen. Sophie, Technologist Quarterly, wir gucken drauf, wann kommen denn die Zahlen. Heute Abend. Dann brauchen wir morgen gar nicht mehr drauf gucken, morgen wissen wir, wie es ist, ne? Also Sophie, kommen die Zahlen, habe ich das nicht auf der Liste da noch drauf? Ne, steht nicht drauf. Doch, da, Sophie, die müssten doch schon draußen sein. Sie müssten doch schon draußen sein. Da kann man ja direkt mal hier so gucken. So, da. Webcast, Downloading. Da sind sie doch schon. Solange es weiter so aussieht, ne? Ihr seht sie nicht, ne? Da sind die Zahlen schon. Ja, wenn ich Short-Squeeze, wenn ich jetzt, wann dann? Zahlen sind gut. So auf den ersten Blick, wenn wir uns das angucken, läuft weiter. Was macht denn die Aktie? Die müsste doch dann auch gut im Plus liegen. Tja. Wollen wir morgen nicht mehr drüber sprechen. Ist durch das Thema. Nummer zwei, wo wir heute einen Haken hinten machen können. Sehr gute Zahlen. Aktie geht raus. Würde ich abwarten hier, ob sich die Acht bestätigt. Wenn sich die Acht bestätigt mit einem leichten Rücksetzer, dann kann man um die Acht nochmal reingehen. Jedenfalls, Zahlen sind sehr gut. Passt. So. Was habe ich mich schon wieder, habe ich mich verlesen? Komm. Tja. Sifi? Nein. Sophie. Miss Sophie. Wie hat haben wir denn? Oh, schon mal eine Stunde drüber. So. Bevor es zu langweilig wird, sage ich Dankeschön, dass ihr heute dabei wart. Wie ihr wisst, jetzt kommt die, keine Nuckelbuden, sondern die alte Leier. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr einen Daumen da lassen. Und ein Abo kostet auch nichts und verursacht keine Schmerzen. Nein, alles gut, Markus. Wir sind heute ein wenig verrückt. Okay, dürft ihr doch. Tobt euch aus. Vollgas. Viel Spaß dabei. So. Deswegen sagen wir heute Tschüss. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr euch ein bisschen ausgetobt habt im Chat. Und ich wünsche euch viel Spaß. Morgen wird es dann richtig heiß schon. und nochmal heute Energie tanken für die Woche. Kommen viele Zahlen. Alles. Hallo, Markus. Wie geht's? Tja, bei Riot Platinum habe ich mich selber vertan, Mr. Drehbist. Aber schon fragen morgen nochmal. Wir sehen uns morgen wieder. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Und zum Abschied noch ein Stich in die Wunde mit Riot Platforms. Dankeschön. Schön, dass ihr dabei wart. Daumen da lassen. Und morgen 14 Uhr sehen wir uns die nächste Ausgabe an. Also macht's gut. Bis morgen. und zwar Tja,